Guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag, der 17. September um 11.23 Uhr. Mein Kopf sieht echt schlimm aus. 1, 2, 3, 4 Krisenherde. Es nervt echt, auch wenn es jetzt auf dem Rechner oder mit der Kamera schlimmer aussieht, als es am Ende ist. Aber es ist echt anstrengend. Ich werde in ein paar Tagen 38 und habe immer noch die Probleme eines Pubertären, wie auch immer. Ja, ich habe gerade mein Paket abgeholt bei den Nachbarn. Leider war das wieder geöffnet. Es ist jetzt schon das zweite Mal in der Familie, dass das Paket aufgemacht wird und dann gesagt wird, oh, wir dachten, es wäre für uns. Das wundert mich ein bisschen. Ich meine, wenn ich das Paket annehme, muss ich doch wissen, dass ich es für jemand anders angenommen habe. Wahrscheinlich war es jemand aus der Familie, der das Paket nicht angenommen hatte. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert, aber ich habe geguckt, es ist noch alles drin. Es war ein Büromittel, so ein Schneideding für Papier, für Shadowrun und Tesafilm und was weiß ich alles noch. Ja, es ist halt dann ärgerlich, wenn man irgendwie schlüpfrige Sachen bestellt und die dann der Nachbar sieht, wo man sich dann denkt, so ein bisschen Privatsphäre ist schon schön. Nein, als ob ich sowas bei Amazon bestellen würde. Niemals. Ja, und jetzt habe ich noch dreieinhalb Stunden Zeit, ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann werde ich mal ein paar Raum- oder Grundrisspläne auseinanderschnipseln und zusammenkleben und um 15 Uhr kommen dann die Leute zum Shadowrun-Charaktere basteln. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ein Spieler ist uns ja leider schon abhandengekommen, der Tom hat sich ausgeklingt, weil ihn das doch ein bisschen zu sehr überrollt hat und er auch irgendwie feststellt, dass die Zeit, die er dafür aufbringen müsste, einfach nicht vorhanden ist. Und ja, wir werden ihn wahrscheinlich mal bei Brettspielabend wiedersehen, aber bei, ja, Rollenspiel wohl eher nicht. Damit geht uns der Decker oder Hacker besser zu verstehen wahrscheinlich flöten, aber das macht es mir auch ein bisschen einfacher, den Teil der Matrix ein bisschen schneller abzuhandeln. Naja, gut. In Berlin ist es grau und grau, seit gestern Abend regnet es und ich bin heute irgendwann um halb zehn wach geworden und dachte mir, war es so dunkel, es ist erst halb sieben, nee, es war schon halb zehn. Von irgendwo her müssen ja die sinkenden Temperaturen kommen. Gestern hatten wir noch um die 30 Grad, heute sind es knapp 20. Mein Kopf macht es einigermaßen gut mit. Gestern Abend hatte ich so ein bisschen Kopfschmerzen, einen kleinen Druck auf dem vorderen Schädel, aber mittlerweile hat sich das gelegt. Wahrscheinlich hat sich mein Gehirn, mein Kopf, wie auch immer, an den anderen Druck, der auf ihm lastet, mittlerweile gewöhnt. Morgen ist Wahl, fällt mir gerade so ein. Nicht vergessen, morgen wählen zu gehen. Ich habe meine Wahl schon getroffen per Briefpost vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei sogar. Und ich bin echt gespannt, wie es morgen in Berlin dann ausgeht und wie weit bestimmte Parteien so kommen. Nun, gut. Also, dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende und ich melde mich morgen Vormittag wieder bei euch. Also, bis dann. Tschüss.